Moin moin, ich bin's, euer Flutti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eben gerade bekam ich mein erstes Fan-Paket und das möchte ich in diesem Video öffnen. Mal schauen, was da drin ist. So, ich nehme ein Messer und öffne es ganz langsam und gemütlich. Schön vorsichtig öffnen. So, ich muss das einmal umdrehen, denn ich habe das auf der verkehrten Seite. Oder? Ja, ich muss es einmal umdrehen. So. Noch irgendwas da drinne. Nur Verpackungsmaterial. Schönes Verpackungsmaterial. So, wie es aussieht, bekam ich eine nagelneue Waage geschenkt. Und die werde ich jetzt komplett öffnen. So. Erstmal der ganze Papierkram. Styropor. So. Das geht erstmal alles komplett zum Boden. Und nun holen wir die Waage aus der Plastikverpackung raus. Ich zeige euch die Waage jetzt. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie durch die Lichtverhältnisse trotzdem gut erkennen. So sieht die Waage aus. Oh. Sogar Batterien sind hier mit drinne. Das ist sehr gut. Dann kann ich mich gleich mal das erste Mal wiegen. Aber das mache ich nicht in diesem Video, sondern im nächsten. Ganz vielen Dank an Rosa Moranti, dass er mir eine Waage geschenkt hat. Was für ein Ehrenmann. So. Das war es jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch!